Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Video, was ich jetzt einfach mal Zwangspause nenne. Ich hatte eigentlich vor, spätestens heute mal irgendwie ein Parkvideo, sowas in der Art, also von einem anderen Ort was hochzuladen. Ja, meine Frau war im Krankenhaus. Wir haben echt bescheidene zehn Tage hinter uns. Es geht ja wieder gut, sie ist gestern entlassen worden, aber ich hatte alle Hände voll zu tun. Ich musste mir auch ein paar Tage Urlaub nehmen, weil musste sich ja einer um Lilly kümmern, sie in die Schule bringen, mittags aus der Schule abholen, Essen kochen, Hausaufgaben machen, für Klausuren vorbereiten. Wir haben ja nun auch Tiere zu Hause und darüber hinaus kümmert sich meine Frau ja um ihre Großeltern. Das ging nicht, das musste ich auch noch übernehmen. Wir hatten jetzt auch nicht die Zeit, daher irgendwelche Parks zu besuchen und das wird auch jetzt am kommenden Wochenende nicht so sein. Da hat sie nochmal ärztlich Ruhe verordnet bekommen. Ja, das wollte ich euch nur mal sagen. Ich finde das immer fair. Nicht, dass ihr wartet oder euch wundert, macht er seinen Kanal jetzt nicht weiter. Nein, es kommen wieder Videos, keine Frage, aber ich bitte um euer Verständnis. Aktuell geht es einfach nicht. Vielleicht habe ich nochmal Zeit, eine Kleinigkeit, die auf der Festplatte lagert, euch hochzuladen. Das werde ich sicherlich tun. Und ich habe eigentlich auch mal vor, jetzt am Wochenende nochmal ein Video zu schneiden über meine Lieblings-Eimer-Score-Songs aus dem Freizeitpark. Also die machen ja hier diese ganze Themenmusik zu den Großfahrgeschäften. Das wird nochmal kommen und dann geht es auch irgendwann wieder auf die Tour. Ich danke für euer Verständnis. Bis zum nächsten Video. Ciao.